Ja, und offenbar ist er nun dazu bereit, jedenfalls war das aus München zu hören. Genau dorthin schalten wir nun zu Jürgen Bollmann. Herr Bollmann, was hat denn nun letztendlich den Ausschlag für diesen angekündigten Rückzug gegeben? Ich glaube, das ist eine ganz lange Liste gewesen, die schon vor über einem Jahr begonnen hat. Bei der Bundestagswahl hat ja die CSU in Bayern im letzten Jahr im September ein desaströses Ergebnis eingefahren und die Partei hat das weitgehend schon Horst Seehofer zugeschrieben hat. Anschließend gab es den Streit mit der Bundeskanzlerin. Diese Personalquerelen, die werden ja in der Partei gar nicht gern gesehen, die belasten die Politik. Auch im Landtagswahlkampf hier in Bayern wurde doch Horst Seehofer von vielen in der CSU dann als Belastung empfunden. Und das schlechte Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern, auch das hat man zu einem großen Teil dann auch Horst Seehofer zugeschrieben, der ja immerhin Parteivorsitzender ist und während der Landtagswahl deshalb eigentlich auch hätte der oberste Wahlkämpfer sein müssen. Nun, man kann sagen, es war eine lange Zeit der Entfremdung zwischen Horst Seehofer und seiner Partei und was in den letzten Wochen wirklich sehr auffällig war, ist, wie sehr er auch den Kontakt hier zu engen Vertrauten in Bayern eingestellt hat. Dieser Riss war zu erwarten. Es war eher erstaunlich, wie lange das gedauert hat, bis es jetzt so ein Ergebnis gegeben hat. Ja, nun gibt er offenbar ja den Parteivorsitz Anfang nächsten Jahres dann ab, aber gleichzeitig wohl auch, oder jedenfalls ist es zu hören, das Amt des Innenministers. Warum diese Kopplung? Er hätte doch eigentlich weiterhin Innenminister bleiben können, oder? Ja, da ist ja nichts bestätigt, das sind Vermutungen, aber man muss auch sagen, das ist doch sehr naheliegend. Horst Seehofer hat ja nie für den Bundestag kandidiert, er ist nicht Abgeordneter im Bundestag. Und als er Bundesinnenminister wurde, hat er sein Landtagsmandat hier in Bayern niedergelegt. Wenn er jetzt noch den Parteivorsitz abgibt, dann hat er eigentlich gar keine politische Hausmacht mehr, keine Rückendeckung. Und dann sitzt er in einem Kabinett mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel und ist eigentlich auf ihr Wohlwollen angewiesen, denn sie kann Minister entlassen. Ich glaube nicht, dass es Horst Seehofer gefallen würde, ohne politischen Rückhalt, Minister in einem Kabinett Merkel zu sein und so abhängig zu sein. Damit braucht die CSU am Kabinettstisch in Berlin, Herr Bollmann, einen neuen, ich sag jetzt mal, Super-Innenminister. Wer kann denn da Horst Seehofer in diesem Amt beerben? Ja, Kandidaten hat die CSU schon, aber ich glaube, da ist nichts entschieden. Es gibt so etwas, na sagen wir mal, wie einen natürlichen Nachfolger für Horst Seehofer. Das ist der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Aber der hat doch in letzter Zeit immer wieder klar und deutlich gesagt, er will Innenminister in Bayern bleiben. Dafür spricht auch, dass er sich offensichtlich mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder sehr gut versteht. Und Markus Söder schon seit langem sagt, dass Joachim Herrmann eine wichtige Stütze für ihn ist. Und man kann sich daran erinnern, bei der Bundestagswahl vor einem Jahr war ja Joachim Herrmann schon einmal im Gespräch, um als Minister nach Berlin zu gehen. Das hat er dann damals auch nicht gemacht. Jetzt ist bei der CDU einiges in Bewegung, jetzt bei der CSU, man wird sich einen neuen Vorsitzenden wählen. Herr Bollmann, der CSU war ja der Einfluss in Berlin immer auch nicht unwichtig, um es mal so zu formulieren. Was bedeutet das für die Christsozialen, wenn da jetzt alles in Bewegung gerät mit Blick auf Berlin? Ja, ich würde das eher so sehen, dass es einer der Gründe ist, warum man Horst Seehofer drängt, als Parteivorsitzender zurückzutreten. In der CSU hat man den Eindruck, er hat eben nicht diesen nötigen Einfluss und die nötige Wirkungskraft in Berlin. Der Streit im Kabinett, der Streit mit Angela Merkel, das hat doch eher den Einfluss der CSU in Berlin gemindert. So empfinden das zumindest viele in der CSU, da haben es uns gesagt. Und ich glaube, man wird in Zukunft jemanden suchen, der da entweder kompromissfähiger ist oder der da durchsetzungsfähiger ist. Ja, das wird spannend in der Bayerischen Landeshauptstadt und darüber hinaus. Vielen Dank, Jürgen Bollmann. Danke für diese Einschätzungen.